herzlich willkommen zurück zu vegas 2 mit dabei wieder der hüpfer ja 2012 steht hier zwar weil der namen bei dir genauso ja weil die namen besetzt waren die unsere eigentlichen so wir haben es schon eine weile her haben wir hier aufgehört und müssen jetzt hier lang uns abzeigen an den besorgen ja genau gehen sie mal voran aber ich werde mich umdrehen mit c kannst du dich nach unten wenden dann ich bin abzüllen beschäftigt ich muss ein anderes Seil nehmen das ist noch eins ja sind mehrere die sind Ja, das war ein bisschen voreilig, ne? Achso. Ich mach hier einen, äh, akrobatischen Seil-Akt. Hängst du am Seil, aber was? Der Eck bin schon im Gebäude. Ja, jetzt bin ich tot. Ich wusste jetzt nicht, wie ich da reinklettern soll. Wieso, wer hat dich denn gekriegt? Na ja, hier da hinten aus der Ecke. Von deiner Sicht jetzt zur linken Seite da hinten. Irgendwo da hinten. Ich kann hier in den Schrot, na, ich seh ihn nicht. Ach, jetzt haben sie mich wenigstens reingemacht. Also hier, äh, ne? So. Ah, jetzt hab ich ihn. Oh, bist du, das Schwein. Ich hab ihn schon. Gut. So. Jetzt müssen wir hier lang. Und ich hab wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten. Hm. Wenn wir vorsichtig sind, kann man es starten. Ja, das war jetzt höchstens drei Minuten, ne? Ja, war noch nicht lange. Oh ja, mach ich bei 22 den ersten. So. Ah, was willst du? So, oh me need it. Aber, irgendwie ist das Hohl mit dem Schutzschild, oder? Ja, ist langsam, ne? Man kann sich nicht schnell bewegen. Ja. Und, lieber Kevin, falls du das hier siehst, ich spiele jetzt mit dem Controller. Ja, wieso? Ja, ja. Weil er, haha, der muss mit Tastatur spielen, so, weißt du, kennst ja. Da hast du eigentlich ja nicht bei. Ne, eigentlich war es ja auch nicht, war es auch nicht schwer. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann... Zivilisten, geht aus dem Weg. Zivilisten? Ich hab ne Magnum, seht ihr das da nicht? Ne Ranking Bowl. Eine Ranking Bowl. So, der lebt auch nicht mehr. Aber er stillt noch. Ah ja, dann machen die hier alle so. So. Oh, wir haben so ne Blendy vor der Nase geschmissen. Oh ja, ich hab auch gerade Doppelbild. Oh, hier ist ja voll Musik. Er ist tot. Was? Genau. So. Ha, Kopfschuss. Oha. Kopfschuss. Ha, vor mir stand der Feind und wollte mir mit einer Blendengranate anschmeißen. Ist ja nett. Ahma. Da war noch einer. War. Ich mag den Revolver, der ist ja echt geil. Ja. Oh, ich bin gestorben. Wieso? Weiß ich nicht. Hat mir ihn auf die Füße geschossen oder was? Ich hab ihn gekriegt, der den umgebracht hat. Hm. Der hat sich hinter den Kartons versteckt. Tja, Leute, hier liegt mein Schild. Ich hab ein neues gekriegt. Auch Schild. Ohne Einschlaglöcher, ja. Die haben hier Schrot, aber dann wirf... Dann ist ja mein Schild weg. Lecknack in der Schrot. Nö. Müsst du hier ein Kaufhaus oder was ist das hier? Ja. Hier müssen wir, glaube ich, aufpassen, hier könnten sie irgendwo... Schackpott oder nicht. Wir sind da hoch, ne? Warte mal. Wer schreit denn hier? Ich hab grad ne Blendy in der Fresse gekriegt. Hä, wo bist du denn? Na, hier hinten. Wo wir langen müssen. Wieso? Ah, schon wieder. Mann, die Schweine blenden mir. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob ich euch wiederfinde. Also, wir sind hier lang gegangen. Dann hier lang. Hier hinten sind wir. So. Dann machen wir hier. Da hier hinten bin ich da. Ah, da, ich seh dich. Hast du dich verlaufen? Ja, die droppen mich da mitten im Kaufhaus. Ich renne hier erstmal ein paar Runden im Kreis. Hast du ne Runde gedreht, ja. Weil ich nicht wusste, ja, weil der Dings hier, der Meta-Dings, da zeigt ja mit dem Fall nach oben. Ja, kann irritieren. So. Das ist mir hier zu ruhig an dem Ding. Was? Ha, du Sau. Er ist erledigt. Er auch. Und er auch. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Mal hier keinen Harden. Oh. um die rotzorgung gehen nach ihr höre ich auch darauf hat Karnier ein paar ich habe ihn den Eidigen um Kopf getroffen meiner Meinung ist umstehen muss um macht er auch Ja. Hier hätt ich jetzt wieder Bammel. Treppe. Diese. Naja. Warte mal, hier kommt mal unser Team her. Bewegung. Beeilung. Los, los, los. Los, los, los. Was machen die da hinten? Die wichsen sich da hinten. Echt. Naja, komm, lass uns vor, bis die hier sind. Ja. Oh, oh. Oh. Oh, Mist, haben sie mich auf die Treppe gekriegt. Was? Oh, mir auch von hinten. Von hinten. Von hinten, ne? Damit er jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt von hinten gewesen. Das war aber nicht nett. Ah, jetzt seid ihr hier. Ist ja auch mal schön. Kommst du heute, kommst du morgen. Was kommt jetzt schon? Oh, wo schießen die denn noch da? Ey, man. Aber von hinter uns können keine mehr kommen, ne? Na, ich hoffe nicht. Ja, weil ich hatte vorhin so das Gefühl. Oder war das von hier oben? Das ist von hier oben. Pass auf. Hinter dir. Seite überall. Oh, oh. Oh, Mist, gibt's. Hier sind irgendwo so ein paar. So, ich geh jetzt erstmal hier hinter, ein bisschen hinter der Möbel her. Ach, hier vorne ist die Schweinebacke. Wow. Wo bin ich denn hier? Mit einem Geröll. Ja, voll verlofen ihr habt. Wie ist der denn da? Wer? Der hier. Da ist doch keiner mehr. Bei mir. Doch bei mir, ja. Hier liegt jeder. So, bleibt brandt. Boah. Du bist verbrannt, oder was? Nö, nö. Arschloch. Komischerweise, wenn man läuft, ist dieses, äh, kreuz vorne, verschwindet das. Ja. Da muss ich echt stehen bleiben. Aber eigentlich macht es ja nicht wirklich was. Oh. Oh. Oh, haben sie mich wieder geblendet. Ja, mir auch. Ich liebe es, wenn ich nix sehe. Töten durch Deckung. Naja. Haben wir. Haben wir jetzt alle Schweine? Töten durch. Töten durch. Töten durch. Bisher, den kannst du nicht trauen hier. Ja. Ist im Krieg. Ey, vor allen Dingen hat immer Glück, weil hier ein fette Tierschutz steht, ja. Auf irgendeinem Automaten hier. Ja, ja. Ich sehe schon. Kann ich da auch ran? Hätten sie ja damit schießen. Rah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Ich wollte auch mal. Na, was, äh, denn danach lagen? Macht kein Spaß. sah gerade aus wie du da dran gestanden hast guck mal so kannst du auch schießen ne doch ne ist ja verarsche naja geh mal hinter mir und guck mal wie das aussieht wie ich da stehe jetzt willst du da einstacken oder was ja so sah das aus und lädst du jetzt noch ja ich geh weiter kommst du mit oder willst du da bleiben ach das wart schon zur tür laufen und das wart prima ich habe gedacht was kommt jetzt noch war jetzt die mission dann beende ich hier wer mal gesagt immer eine mission da werden nicht die aufnahme warte mal ich warte mal kurz wird kommt bis jetzt habe ich schwarzes bild also bis zum nächsten mal